Es geht ab YouTube, wir gucken Pädohunters, Pädophila wird von eigener Familie bloßgestellt, ähm, wird gelb, mit Willen, ja mal gucken, ich küsse eure Herzen, vielleicht haben die auch was dazu gelernt und schneiden alle Sachen raus, die gelb werden, ich küsse eure Herzen, wir schauen direkt rein. Ich glaube mittlerweile haben die auch gecheckt, dass die Versuchskanidchen wirklich minderjährig sein müssen, weil wenn die Versuchskanidchen nicht minderjährig sind, dann ist das kein Übergriff von einem Pädophilen so. Es ist Baba, währenddessen kann ich bisschen essen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, das Video, aber es ist Baba. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 18. Ich werde öfter 16 eingeschätzt, 15. Ich werde häufiger, ich bin jünger geschätzt, als ich bin. Ja, immer. Also mir ist halt ein Vorfall passiert. Tatsächlich wurde ich selber schon so angemacht, dass die Männer, vor allem die älteren Männer, da muss man irgendwo hingucken oder anfassen. Und der Typ hatte wirklich an so einem Kurskorb halt vorne so eine Seite. Ohrlech. Wenn man irgendwie relativ spät abends an Bushaltestellen sitzt, möchte so viel Geld das und das machen, nah an einsetzen zu müssen. Und da gibt es halt einen Weg, da sieht niemand was. Da hat sich jemand einfach von hinten angefasst, der so warum er näher gekommen ist. Oder angekapscht haben oder sowas. Ja, und man hört das auch immer wieder. Ja, also viele Leute schauen weg. Dass das Internet für junge Mädchen gefährlich ist. Man fühlt sich hilflos. Die sollen ihre Finger bei sich lassen. Mädchen in der Gesellschaft werden nicht gut genug geschützt. Und dann interessiert es keinen, die gucken weg und gehen weiter. Tod geschwiegen wird. Kein anderer hat halt reagiert. Man hat eine Wut in sich. Ich denke nicht, dass man geschützt ist. Weil das jungen Mädchen, denen sowas passiert, dass das die Psyche gehen kann. Dann ekel ich mich. Ich fand es ekelhaft, dass viele sich vielleicht auch nicht trauen, weil nicht genug aufgeklärt wird. Wissen und gar nicht damit umzugehen. Durch Unwissenheit. In Deutschland habe ich schon das Gefühl, dass es halt auch öfters passiert, wenn sich an den Mädchen vergangen wird oder so. Denen würde es helfen, lebenslange Strafe zu bekommen. Und deswegen ist das halt dann fallen gelassen worden. Und dann werden die wahrscheinlich das Gleiche nochmal tun. Dass die Strafen halt viel zu mild sind. Eine Frau würde es auch nicht nach ein paar Monaten wieder vergessen und normal weiterleben können. Nein, normal sollte das auf jeden Fall nicht sein. Ich möchte bei... Müssen auf jeden Fall viel, viel, viel strengere Strafen kommen. Was geht, Sanubi? Was geht? Alles gut? Ich hoffe, alles Besten, Sanubi. Ich werde jedes Mal mitmachen, weil die Mädchen auch mutig sind und stark. Die Chance zumindest, was Gutes zu tun. Wenn mir das halt selbst vorge... Also wenn mir das schon sehr interessiert ist, dass ihr das in die Öffentlichkeit steht. Und ich halt auch viele kenne, denen sowas ähnliches passiert ist, vielleicht dadurch Mut bekommt. Ich möchte halt zeigen, dass wir sowas nicht mit uns machen lassen. Und so viele zu schnappen wie möglich. Denen, die das machen, die Gerechte Strafe geben. Um alle jungen Mädels da draußen halt so Gutes geht zu schützen. Ey, guck mal, ich hebe Subchat auf, aber ich würde euch bitten, euch zu benehmen. Das wäre auf jeden Fall Baba. Und keine dummen Sache reinzuschreiben. Mots, bitte passt auf. Also Pädophile werden in Deutschland echt gar nicht bestraft, Bruder. Gar nicht, Digga. Da unten im Auto mit dem kaputten Frontlicht. Das bin ich. Ich komme gerade von einem der verstörendsten Telefonate, den ich je gehört habe. Aber nachher mehr dazu. In letzter Zeit war es etwas ruhig um uns geworden. Aber wir waren nie weg. Wir haben uns einfach in unserer Heimat auf die nächsten Folgen vorbereitet. Unser Team war größer geworden und wir nutzten den Lehrlauf, um zu trainieren. Also, die geben sich richtig, richtig Mühe, Digga. Die Kamera, alles so nice, Digga. Alles nice, Digga. Das macht richtig Bock. Das ist wie ein Film. Vala, wie Film. Außerdem bekamen wir prominente Hilfe von Mazda Gunnebi, die uns auf ihrem Kanal von Tag 1 unterstützt haben. Ah, krass. In all dieser Zeit legten wir weiter in Köder aus und diese wurden von potenziellen pädophilen Triebtätern geschluckt, als gäbe es kein Morgen. Da unten sind wir gerade auf dem Weg zu unserem Telefonat mit unseren neuen Lokvögeln, die gleich mit zwei Pädos telefonieren. Vala, guck mal, wie krass das aussieht! Ist uns erst klar geworden, wie groß und schwerwiegend dieses Problem ist. Pädophile Triebtäter sind überall, aber für diesen hier müssen wir noch eine Folge zurückgehen. Auch wenn diese eine ganze Weile zurückliegt. Hier rechts. Einfach Netflix, gell? Ja. Jo, Champ, also wir haben jetzt hier mal geguckt, ne? Hier stehen eine Million Transporter. Scheiße. Ja. Also, das ist Glücksspiel. Ja, okay. Habt ihr mal geguckt an der Klinge, ob der Name dran steht? Ich geh jetzt gucken, ne? Ich geh jetzt gucken, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der da steht. Ist ein Mehrfamilienhaus, so ein Hochhaus. Der wird da bestimmt sein. Das Ding ist, ob er, wie gesagt, ob er von hier losfährt. Und vor allen Dingen mit welchem Auto. Mit welchem der 17 Transporter, die wir gerade gesehen haben. Okay, aber Wohnwagen oder sowas steht da nicht, ne? Der kommt ja eh nicht mit dem Wohnwagen. Wäre aber lustig. Wir haben den Wohnwagen. Wir haben den Wohnwagen. Wir haben den Wohnwagen nicht mehr. Ja, das muss ja nur ein Transporter sein, wo hinten, ähm, ja, wo hinten auf der Ladefläche und sie, ja, eine Matratze liegt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Matratze. Der Pedro hatte unserem Wohnwagen vorgeschlagen, dass ich ihn in seinem Transporter zu treffen. Er wollte... Wolle, das kennen wir doch irgendwoher, oder? Das kennen wir doch irgendwoher. Transporter, hinten, Matratze. Das kennen wir doch irgendwoher, oder? Hm. 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 Ich wollte Sex mit ihr auf der Ladefläche haben. Wer Folge 7 gesehen hat, weiß, was dann als nächstes passiert ist. Wir übergaben gerade den Pedro, der Sex mit zwei Kindern wollte, an die Polizei. Wir versuchten, die Situation zu beschleunigen, um der Polizei zu erklären, dass ein weiterer Triebtäter auf dem Weg war. Aber es war bereits zu spät. Wie wir später auf unseren Aufnahmen sahen, fuhr während der Festnahme ein Transporter an uns vorbei. Natürlich bemerkte er die Polizei und verschwand. Er wollte sich dann woanders treffen, aber wir entschieden uns für den Pedro aus Folge 6, der mit dem Rucksack. Mittlerweile sind zwei Monate vergangen und wir stehen immer noch in Kontakt mit ihm. Wir sind aber noch mit anderen in Kontakt. Wir zeigen euch jetzt zwei Telefonate, die von unseren neuen Lokvögel geführt wurden. Einmal mit dem Pedro mit dem Transporter und dann mit einem anderen speziellen Fall. Ein Pedro, der stolz erzählt hat, dass er bereits Sex mit einer 13-Jährigen hatte. Ein Pedro, der ist eine der grinding von Frauen und eine der aufgehört hat. Was ist das für ein Fahrrad? Nein. Was? Ich muss kotzen. Ich wollte mal anrufen. Meine Freundin kann leider doch nicht. Ich werde noch mal anrufen. Ich schwöre ich muss kotzen. wieder aussieht ja der kummer wieder aussieht der erzählt einfach der hat schon mal was mit einer 13 jährigen gehabt da war wirklich diese zeit diese welt geht echt unter der wirklich ja wirklich meine freundin kann doch nicht nicht mehr nachher kommen meine eltern nach hause habe ich keine zeit mehr ich hab hier gerade nicht so würde überall umfallen wohin denn auf die wange mein gott oder war ich wollte ich heute kurz küssen wohin denn auf meine auto weil er hat ja was mit gem was los bei mir sieht alles normal aus damit ihr den text lesen könnt ihr oder herz ja dieser sagt ich wollte ich heute gern küssen wie sagt wohin auf meine wange er sagt auf mein auto klappt ich bin ich eigentlich der einzige der immer dass sie wenn der typ sich so ekelhaft auf die lippe beißt klingt nach einer guten idee wenn man entführt oder vergewaltigt werden möchte der nächste ist aber noch skrupelloser hallo ich habe kurzes handy von meiner schwester genommen weil mein akku hat leer ist ne aber ruf bitte später nicht auf der nummer hier nochmal an wir wissen bereits dass der typ verheiratet ist und mehrere kinder hat in einem früheren gespräch hat unser lockvogel den ehring entdeckt und ihn darauf angesprochen da hat er ihn einfach schnell ausgezogen und behauptet sie etwas falsches gesehen achtet jetzt mal darauf wie unser lockvogel ihm immer wieder einen strick mit seinen eigenen lügen dreht ach so aber über whatsapp telefoniert man über das internet und nicht über das netz boah boah der hat die boah ist mir eigentlich ehrein echt warte mal boah die ringe wieso boah und wie alt warst du nochmal 30 also dann erzähl jetzt mal was soll ich mir erzählen du möchtest für 1200 Euro was mit mir haben richtig? meintest du ja eben ja ja und das hast du schon mal mit einer 13 jährigen gemacht hm also hast du ja geschrieben hast du ja geschrieben äh ich gebe auch wieder alles und du? ja am anfangs gibt es warum aber es ist immer so unerfahrenbar hast du dir auch 1200 Euro dafür gegeben? jo aber erzähl jetzt mal was willst du so beim treffen dann machen? hm was willst du so beim treffen machen? na was ich dir schön geschrieben hatte hm was ich dir schön geschrieben hatte na tu mal einfach ach du siehst dich aus wir machen ein bisschen Zicksal und dann gibt dir dann wieder seinen Weg hm aber ich habe das ja auch noch nie gemacht dann soll ich dir ja beibringen hier nochmal ein Beispiel wie verschlagen aber auch vorsichtig solche Trinktäter sind ey warte ey ich Bruder bitte ihr dürft nicht beleidigen im Chat ja? aber seid ihr genauso entsetzt wie ich Bruder? warte ich glaub das grad nicht Bruder ich schwöre ich glaub das grad nicht Digga ich schwöre ich ich Delarue Kana schreibt geht Delarue Kana schreibt geht meinst du es ernst Bruder? da ist ein Typ der 1200 Euro für eine 13-jährige zahlen will und du schreibst geht? mal krass ja mal krass ja ne moz ihr braucht ihr nicht zu bannen wenn es seine meinung ist dann dann findet er das halt dann findet er es halt in Ordnung aber es ist schon echt krass ja da ist ein Typ der zahlt 1300 oder 200 Euro um mit einer 13-jährigen was zu machen Bruder oh ich bin geschockt Wala ich bin geschockt sie wollen immer sicher gehen dass niemand in der Nähe ist wie unser Freund Hakan er wusste genau was er tat und drängt unseren Lockvogel ihm den Raum zu zeigen da hinten hinten ja ja natürlich einen Moment ich bin ich auch weiter weiter so zufrieden ich hab dir jetzt alles in Zeit ich 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 denke wirst du nicht alle was du gar nicht verlassen was möchtest du denn sehen? lass es ihm einfach drehen ob er zu rumdrehen ja das war gerade noch mal gut gegangen nach diesem kranken Mist befinde ich mich wieder auf dem Heimweg wir haben mich ein dritter Paddo mit den widerlichsten Penisbildern bombardiert die ich je gesehen habe die sind so widerlich dass ich mich weigere sie hier auch nur geblöd zu zeigen ich weiß nicht was mich mehr schockt dass dieser Typ ernsthaft Bilder von seinem offensichtlich von einem Pilzer des befallenen Penis an Kinder verschickt oder sein Whatsapp Profilbild das ihm mit seinem unschuldigen Sohn zeigt sowas ist einfach krank während ich nach Hause fahre gehen mir noch kritische Schlagzeilen durch den Kopf die ich über uns gelesen habe die üblichen Pauschalplätze die kein bisschen weniger reißerisch und und differenziert sind als das was man uns vorwirft aber ich glaub's vorher schon mal sagt wir machen das nicht für einen Platz sondern weil diese Schweine aufgehalten werden müssen und wir das können also sind wir während des Wochenendes mit dem schlimmsten Schneesturm der letzten 30 Jahre wieder mit dem gesamten Team nach Brandenburg gereist eine ziemliche logistische Herausforderung das Schneechaos machte uns ziemlich zu schaffen Hartiger dort angekommen wurden Erinnerungen aber genau wie die Landschaft nun gänzlich anders aussah war auch der Ausgang dieser Aktion ungewiss es war sehr schwer in dieser Zeit eine geeignete Location zu finden aber Pia machte das Unmögliche möglich er organisierte eine Werkstatt als Hauptaktieren diese lag in unmittelbarer Nähe zu einem Gartenhaus wo die Treffen stattfinden sollten dass sich all das fast am gleichen Ort befand wo die letzte Folge endete konnte kein Zufall sein dort angekommen ich höre Respekt an die Respekt an die einmal dass die das immer noch durchziehen Bruder sich so eine Mühe geben ich will gar nicht wissen was das alles kostet was die machen wirklich das ist schon nice Bruder das ist schon nice auch die Aufklärungsarbeit dadurch Bruder das ist schon nice die Pedos die das sehen die kriegen Paranoia vertraut mir Chat die kriegen Paranoia und Leute die das sehen die normalen Menschen die das sehen die passen einfach mehr auf Bruder Waller die passen einfach mehr auf die wissen okay ey guck mal so Menschen gibt's es gibt so dreiste Menschen die einer 13-jährigen schreit ich geb dir 1300 Euro komm ist hart ja Waller ist hart ist ne gute Sache ich schwöre finde ich auch Zudem bekamen wir noch einen willkommenen Überraschungsbesuch von Kevin Wolter er wollte uns gerne unterstützen und wir hatten bereits ein paar gute Ideen wie wir diese Waffe auf zwei Beinen einsetzen könnten im Fall dass der Kevin den Vater spült ich werde gleich die Fotos hier von Kevin haben werden wir in die kleine Gude tun wir werden ihn prominent platzieren dass es dann nachher halt so aussieht so also dass er das auf jeden Fall ansprechen muss er sagt wer ist das und dann wird dieser Werner sagen ja das ist mein das ist mein das ist der Freund von meiner Mutter der ist in seiner Spezialeinheit das ist beim KSK der ist aber heute Abend mit seinen Jungs unterwegs und macht Babypinkeln so damit wir nachher die Erklärung haben warum 80 Mann reinkommen weil wir sind deine Kollegen vom KSK so weit der Plan nice aber voila so ein Kevin Wolter der sieht schon hart aus gell der sieht schon hart aus wie groß ist Kevin Wolter wisst ihr das Chat wisst ihr wer Kevin Wolter ist Bruder das ist ein Tier Bruder das ist ein Tier weißt was ich gerne machen würde ich will einmal gegen ihn kämpfen Bruder der wird mich tot schlagen weil der macht mir einen Knoten in meinen Hals voila der macht mir einen richtigen Knoten in meinen Hals der bringt mich um aber es wäre trotzdem lustig so 1,60 2 Kilo Digger gegen ihn Digger so ein wech zwei Meter Bodybuilder der macht mir einen Knoten in meinen Hals aber ich glaube ich gewinne trotzdem 50 Einzelkämpfe in Frankfurt Digger das ist aber wenn er mich einmal trifft gell weil er Japan Flug kostenlos weil er Airlines weil er nur noch so weil er ne aber nicht kämpfen so Straßenkämpfen sondern so sportmäßig so ein Box Gym irgendwie so sportmäßig Digger und wenn er mich dann ich hole Amo Burak der klärt schon ja so auf ganz entspannt auf ganz entspannt Digger ich habe keine Chance Digger ihr wisst glaube ich nicht wie er aussieht falls ihr wisst wie er aussieht dann versteht ihr das so ein Wahsch so groß so ein Wahsch aber das wäre auf jeden Fall lustig so einfach nur für den Spaß einfach nur so für Spaß Digger das wäre lustig Digger wir waren vorbereitet wir waren fokussiert dennoch der Tag sollte ein kompletter Reinfall werden ich will euch nicht auf die Folter spannen keiner der für diesen Tag geplanten Pedos kam und so entkalkt uns wieder dass wir frustriert und enttäuscht waren ist wohl untertrieben zu sagen der ganze Aufwand die ganze Vorarbeit alles für den Müll schweren Herzens beendeten wir den Dreh nicht nur dass das gesamte Team aus ganz Deutschland angereist war und das quasi ohne Ergebnis mir war auch unangenehm dass Kevin umsonst gekommen war doch er versicherte uns immer wieder dass er beim nächsten Mal wieder dabei wäre dennoch wurde ich nervös morgen würden Mazda und Nebi extra anreisen um uns zu unterstützen langsam stieg der Druck auf mich wo war der Fehler was war schief gelaufen und wie konnten wir verhindern dass wir morgen wieder eine Klatsche bekämen nach einer unruhigen Nacht begann ich den Tag mit einem Lauf um den Kopf freizukriegen meine Gedanken drehten sich im Kreis wie konnten wir verhindern dass diese Typen so ungestört ihr Unwesen treiben ich meine durch das bloße Anbannen eines sexuellen Kontaktes online durch Chat Fotos, Videos und das sogenannte Sexting als auch die bekundete Absicht ein reales Treffen anzubahnen hatten sie sich doch bereits strafbar gemacht was wäre also wenn wir den Spieß umdrehen und die Konfrontation zu ihnen verlagern ok das wäre ein ziemliches Risiko da es quasi ein Heimspiel für sie wäre bei ihnen zuhause wir hätten dadurch weniger unter Kontrolle außerdem was passiert wenn Verwandte oder Bekannte das ganze mitbekämen der Typ könnte ausrasten ich meine stell euch das mal vor wir zerstören quasi seinen ganzen jetzt wollen die einen auf dahin fahren und ihm sagen hier guck mal du hast das und das ok ok jetzt verstehe ich ok krass jetzt sie wollen sagen wir bei ihnen an der Haustür klingeln der eine Typ ist verheiratet die kommen an deiner Haustür klingeln und sagen guck mal zu deiner Frau mit seiner Frau mit allen hier was dein Mann ok 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 das Leben vor seiner Familie dennoch wir wollten nichts von dem Zufall überlassen also schicken wir unser Obsteam vor um die Lage auszukundschaften sie leisteten hervorragende Arbeit auf wenn mir das Ergebnis nicht gefällt kannst du das nochmal wiederholen ähm wir haben Kinder in dem Haus zwei Kinder eins ein kleines Kindalter ein Jahrbädchen ein Junge ungefähr zehn das sind wohl die frischgebackenen Stiefkinder von unserer Zielperson wir haben drei Erwachsene im Haus zwei Männer eine Frau einmal können wir unsere Zielperson einseitig infizieren die Frau ja wahrscheinlich wird es seine Frau sein das können wir natürlich nicht sicher sagen und den zweiten Mann ähm der sieht unsere Person ziemlich ähnlich also sie könnten tatsächlich verwandt sein Brüder und so was und jetzt verlässt gerade das Kind in das Haus eine ganze Familie in einem Haus zwei Männer eventuell Brüder die ein und aus gehen das könnte eskalieren ich wollte mein Team noch einmal einstimmen denn sowas hatten wir noch nie gemacht das ist gestern nicht so gelaufen aber ich glaube trotzdem daran ich glaube daran dass wir dass wir eine Elite sind ja wir sind die ersten die das in dieser Form machen und wir sind bestimmt auch die Besten die das machen wir sind in der Regel besser vorbereitet wir sind gerissen als diese Schweine ja und wir leben in der Situation das haben wir letztes Mal bewiesen und das werden wir heute wieder beweisen ich möchte dass wir jetzt in unserem Seminarmodus gehen und egal was heute passiert und das ist unausweichlich wir gehen hier als Gewinner raus das ist mir scheißegal egal wie beschissen ist wir gehen heute hier als Gewinner raus krass ich freue mich jetzt wenn die wenn die dahin stürmen und so vor der Hostel die Leute konfrontieren das wird nice jetzt kommt Mastak und so noch dazu das ist nice ok nein hehehehe ok ok gut ich glaube ich kann das wieder hier machen ich glaube ich kann das wieder hier machen wo die Situation anders wird denn der Typ steht mit dem Rücken an der Wand denn wir kommen zu ihm nach Hause wo seine Familie lebt ach die Scheiße ja Team 1 und 2 erreichen den Zugrussort sie halten auch nicht dass sich die Situation gleich gravierend ändern wird mach mal gleich aus mach mal richtig ist jemand schon wir marschieren schnurstracks vor seine Haustüre während der Rest die Umgebung sichert vor dem Haus vor dem Haus vor dem Haus ja ähm da hat sich wohl keine Chance hinzukommen nein wie soll sie auch nicht die folgende Information ändert alles die Familie hat das Haus verlassen das heißt wir können den Pedo abfangen das heißt aber auch dass Frau und Kind dabei sein werden also wir haben die hundertprozentige Bestätigung dass er das ist der ist jetzt gerade bei Aldi mit seiner Familie wir fahren jetzt zum Parkplatz und wir machen das da Leute versteht das nicht falsch wir sind nicht hier um eine Familie kaputt zu machen sondern wir sind hier um der Frau die Augen zu öffnen und die Chatverläufe und die Kinder zu und die Kinder ja ich habe gerade die Chatverläufe gesehen und das ist absolut widerlich ich brauche eine genauere Beschreibung des Pedos ich erreiche aber Beuker nicht per Funk das bedeutet dass ich das Auto verlassen muss was das Risiko entdeckt zu werden ziemlich erhöht währenddessen sammelt sich das zweite Zugriffsteam mit den Lokvögel Isabelle hat eine alarmierende Vermutung ha? steh nicht bei uns das ist egal die packen wir nach vorne als ich zurückgehe kommt ein Mann mit Kinderwagen und Frau aus dem Aldi er ähnelt der Beschreibung aber hat keine Mütze an als ich mir unsicher bin ob er es ist schaut er mir direkt in die Augen jetzt bin ich mir sicher sind wir das nicht mit Kinderwagen? das ist der das ist der um Mazdaq, Lucy und Nebi im Auto nicht zu verbrennen gehe ich am Auto vorbei doch, das ist der das ist der innerlich hoffe ich nur dass er einfach weiter geht und nicht realisiert was gleich passieren wird das ist der das ist der das ist der das ist der ich habe nur ich habe nur keinen Bock dass das Kind oder so sich so erschreckt dass es so einen bleibenden Schaden hat wisst ihr weil das Baby das ist so das kann ja nichts dafür das was der der Stiefvater da gemacht hat digga das ist jetzt das einzigste digga wenn das Baby sich erschreckt ja das ist das äh boah das Baby ist noch ganz ganz klein das ist zum Beispiel ich nieße wenn ich mit meiner Tochter bin und ich nieße und sie erschreckt sich manchmal so krass dass ich nicht neben ihr niesen kann ich nieße und sie weint sie erschreckt sich richtig so versteht ihr also mit Babys muss man echt aufpassen der hat was gemerkt der geht grad schneller ja wir werden ihn beim roten Parkplatz wenn wir ihn konfrontieren selbst ran die Drohne äh in 2 Minuten nur schlagen nö 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 i Oh mein Gott, wie cringe, Digga. Ja, hoffentlich machen die es nur langsam, Digga. Wie cringe, Digga. Bruder, Digga, wie cringe, Digga. Kurzfrage, ist das Ihre Telefonnummer? Diese Situation war kritisch, denn wir würden jetzt wahrscheinlich das Leben von drei Menschen tiefgreifend beeinflussen. Und zwei davon waren unschuldig. War es das wert? Was hättet ihr gemacht? Meine Meinung bleibt gleich. Der Schutz der Opfer geht vor. Unser Vorgehen mag hart rüberkommen, auch gegenüber der Frau. Aber uns ging es nicht darum, sie vorzuführen, sondern wie Matzak sagte, ihr die Augen zu öffnen. Wissen Sie, dass Ihr Mann, der 13-jährige im Krieg, Sex zu haben? Nee, das bestimmt nicht. Warten Sie kurz, warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Ist das, ist das was? Ja. Siehst du das Mädchen? Man hat sie angerufen und wollte sie im Sex bezahlen. 2000 Euro? Wir haben es hier auf dem Handy. Sind die gerade noch nicht vorbeigeworfen? Wir haben es hier auf dem Handy, hier. Bruder Waller, er ist, er ist, geballert, er ist, geballert, Bruder. Bruder, I'm a free muskine in den Chat. Er ist, gebehbert, Bruder. Er ist, gebehbert, Bruder. Safi, er ist... Das sind die Bilder, die er schickt. Boah, Digge. Was sagen Sie denn dazu? Also wir wollten Sie nicht vorführen, aber... Hier. Was ist er da, oder? Ja. Finden Sie das nicht schlimm? Mann, ist das eher gemeinsames Kind? Ja. Keinen Sex haben? Ich sage Ihnen auch noch was, ne? Nee, ich will es auch von dir. Nee, wir reichen es auch von dir. Pass mal auf, dir ist mir scheißegal, du brauchst ja nicht die Welle machen. Wir können ja mal eine Audio-Core spielen. Aber ich erinnere dich dann. Warte mal, jetzt scheiß Paddle in die Arme, bitte. Rechts, rechts. Ja. Warte. Warte. Bruder, wie gechillt seine Frau bleibt. Waller. Die Arme, die ist so verletzt gerade bestimmt. Aber wie gechillt die bleibt, Bruder. Boah, ich kenne andere Frauen, die würden den Chakos auspacken. Kennt ihr diese von Bruce Lee? Pow, pow, pow. Boah, Digga. Die ist hier gechillt. Die Arme, die ist geschockt. Ich schwöre ja, Schockstache. Die Arme, Digga. Wie sagt das? Wie sagt das nicht? Ich werde den Blick der Frau nie vergessen. Bis eben hat sie noch an ihren Mann geglaubt. Das alles fällt jetzt zusammen. Hallo, Leute. Von gestern. Ja. Wie war die da? Ich mach mal, ich mach mal. Pass mal auf. Fahr mal einen Gang runter. Alles klar? Jetzt fuh mal einen Gang runter. Pass auf, du bist derjenige, der sich strafbar gemacht hat, du kleiner B****. Du kleiner B****. Ich sag dir ganz genau, du hast hier ein Problem. Du solltest ein bisschen den Gang runterfahren. Du hast die Strafe gemacht, du machst das Cypher-Bug. Und weißt du, was wir als nächstes machen? Wir holen die Polizei. Du willst das jetzt machen? Das passiert gerade. Du kannst nichts dagegen machen. Du kleiner B****. Weil du schon B****. So ein kleiner B****. Ja, weißt du, der kleine B**** will, in den B**** will, hast du halt die B****. Deswegen B**** ich jetzt hier. Weil du abschauen willst. Du bist abschauen, du bist Dreck. Ja, gut. Bruder, soll ich euch was sagen? Ich glaube, er hat mit dem Video die Frau mehr verletzt als den Mann, Digger. Aber irgendwie musste es sein, dass die Frau checkt, was ein Typ das ist. Irgendwie musste es sein, dass die Frau checkt, was ein Typ das ist, so. Hey, was passiert? Du kommst jetzt die Polizei. Dann kann ich es verrutschen oder nicht verrutschen. Bleibt ganz cool, Alter. Okay? Bleibt ganz cool. Vollkommen verrutschen. Die Situation hier. So, da oben ist die Polizei. Okay. Du hast die Strafe gemacht. Weißt du, was Cybergaming ist? Das ist, wenn man Sex anbahnt mit einer Minderjährigen. Was hast du gemacht? Du hast 2000 Euro angeboten. Ich hab überhaupt gar nicht. Kann man mir jemandem ein Handy geben, das telefonieren kann, das nicht mit der Kamera oder Ton verbunden ist? Wo ist es die Polizei? Ich verstehe, ja nie. Was ist das eigentlich? Was ist das? Während ich die Polizei rufe, versucht der Typ, sich aus dem Stau zu machen. Aber mein Team steht wie in einer Eins. Ich weiß nicht, ob sie das lesen wollen. Ich weiß nicht, ob sie das lesen wollen. Ich hab ihn darauf angesprochen. Moment, ja. Verlobungsring. Verlobungsring, keine Ahnung. Du meint ja, nein, das ist kein Verlobungsring. Und dann ausgezogen. Ich hab selbst eine kleine Popplase. Also das ist nicht alles, aber haben wir den Rest nicht auch? Ja, im Autoschatz. Der Rest ist im Auto. Sie sind die Person, der wir helfen wollen. Boah, Digga. Mal, mal durchschliessen. Die Arme, ja. Ich hoffe, die Tochter checkt das nicht, Digga. Zu viel. Nachdem die Frau gegangen ist, wird die Situation zunehmend aggressiver. Der Typ hat möglicherweise gerade seine Familie verloren und sucht selbst die Konfrontation. Jetzt wird's mir langsam zu bunt. Doch Mazda schlägt einen anderen Ton an, der Wirkung zeigt. Warum? Ich kann das nicht nachvollziehen. Guck mal, ich hab selber eine Tochter. Die ist ja zwar erst sechs Jahre alt, aber... Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt das? Hast du da? Hast du da einen Wagen gesehen? Tut mir so unendlich leid. Deswegen verstehe ich das ja erst recht nicht. Die Freundin, die Verlobte hat dich wiedererkannt. Ich sag dir ganz ehrlich, das sind nette Jungs. Stellen wir uns vor, meine Tochter wäre dieses 13-jährige Mädchen. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Brüder, meine Cousins und ich würden nicht zulassen, dass du hier so frei rumstehst. Meine ehrliche Meinung. Das sind liebe Jungs. Wir wollen nur verstehen, warum das so ist. Deine Frau ist komplett, komplett in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension. Ihr geht's gar nicht, Bruder. Bruder, harter Scheiß, ja. Therapie machen. Wir wollen ja nicht die Familie kaputt machen, die Familie zerstören. Aber siehst du selber wenigstens ein, dass das falsch war, was du gemacht hast. Dass man sowas halt nicht macht. Ich appelliere jetzt an dich als Mensch. Es ist ja zum Glück nichts passiert als Vater vor allem. Guck mal, du hast so eine süße kleine Tochter. Ich sterbe gerade, weil ich meine Tochter den halben Tag, den ganzen Tag fast nicht gesehen habe. Und kann sein, vielleicht ist das ein Fetisch oder ich kann das nicht verstehen. Weißt du, ich meine, ich will auch nicht davon ausgehen, dass du ein böser Mensch bist. Was mich einfach nur interessiert ist, warum, warum macht man sowas? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Bada, bada. Ja, ich sag doch ganz ehrlich, man muss... Er ist wenigstens ehrlich im Gegensatz zu allen anderen Hunden, die du bis jetzt erwischt hast. Er ist ehrlich, er hat ein Problem, er gibt es zu, da muss man therapiert werden. Während wir uns neben die Halle stellen, um uns vom Wind zu schützen, denke ich über Madsags Worte nach. Mir hat mal jemand gesagt, dass Dinge nie ganz so gut oder ganz so schlecht sind, wie man sie selbst sieht. Das bedeutet, dass unsere Emotionen uns einen Streich spielen und die Realität so verfälschen. Ich denke, es ist eine Frage der Perspektive. Madsag ist ein sehr rationaler Mensch, der über außergewöhnliche Empathie verfügt. Er sieht die Familie des Typen, die Tochter und auch irgendwie den Menschen selbst. Das ist das, Bruder, das hat mir auch so wehgetan, wegen der Tochter, ja. Wenn er mit seiner Frau wenigstens alleine wäre, ich weiß nicht, ob die Tochter das checkt oder noch nicht. Anderen Perspektiven. Das ist mittlerweile unsere achte Folge und ich habe miterlebt, wie skrupellos, wie verschlagen und selbstherrlich, einfach nur bösartig Menschen sein können. Ich sehe die tausenden Nachrichten der Opfer, denen... Ja, man, wenigstens gibt er zu, das stimmt. Andere Leute haben das nicht zugegeben. Die haben so eine Tasche voller Dildos gehabt, die haben es immer noch nicht zugegeben. ...nicht mehr geholfen werden kann und die nie Gerechtigkeit erfahren haben. Es ist ein himmelweiter Unterschied, über so etwas zu hören oder es selbst zu erfahren. Und Madsag hatte selbst gesagt, würde seiner Tochter etwas zustoßen, würde sich seine Perspektive dramatisch ändern. Mods, bitte nur Subchat, wenn ich das sage, ja? Dankeschön. Ich sage nicht, dass Madsag recht hat oder Unrecht hat oder ich recht habe oder Unrecht. Ich sage einfach nur, dass ich mich für meine Perspektive entschieden habe. Ja, ich finde das in Ordnung, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, aber er ist nicht nur ein Opfer. Ja klar, das sage ich nicht. Und das Ding ist, ich habe auch keine Lust auf Freundschaft mit dir zu schließen. Ja, ich fühle ich es. Sowieso nicht, sowieso nicht. Hey, mal, glaub mir, das Thema beruhigt mich nie. Nee, nie beruhigt mich sowas. So Typen wie du regen mich auf. Da können wir noch so, da können wir noch so oft drüber gesprochen haben. Dieser Puls. Weißt du, wie viele Nerven du mich gepostet hast? Die ganze Scheiße nicht durchzulesen. Soll ich mit dir geschrieben habe, du Depp? Als die Polizei endlich kam, machte sich ein Gefühl der Erleichterung breit. Dieser Fall war für uns alle nicht einfach. Und umso besser fühlte es sich an, ihn jetzt übergeben zu können. Die Polizei nahm diesen Fall sehr ernst. Und obwohl wir nicht alle Einzelheiten kennen, wissen wir, dass er weitreichende Konsequenzen hatte. Auch wenn wir, wie eben erwähnt, vielleicht unterschiedliche Perspektiven hatten. Über eine Sache waren wir uns ohne Zweifel einig. Wir hatten heute etwas Gutes und Notwendiges getan. Und das war das Einzige, worauf es ankam. Krasse Folge, Digga. Wenn nicht einer der krassten Folgen von ihnen. Von denen, Digga. Wirklich, krasse Folge, Digga. Noch nicht fertig? Es geht, glaube ich, sogar noch weiter mit einem anderen Fall. Aber seid mir ehrlich. Baba bis jetzt, gell? Bruder, sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung gewesen gerade, gell? Ob man da hingeht mit dem Kind und der Frau und die konfrontiert. Oder ob man das eventuell mal anders macht, Digga. Ja, das war krass, Digga. Krass, 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 krass. Also wirklich GG an die, Digga. Wirklich GG, Digga. GG. Vielleicht beim zweiten Mal, wo die hingegangen sind und nochmal der Frau nochmal alles so unter die Nase gelegt haben und so. Das musste vielleicht nicht sein. Man hatte ja schon die Augen geöffnet und man muss ja auch aufpassen. Man muss ja auch nicht unnötige Leute verletzen, weißt du? Weil die ja damit nichts zu tun haben. Es ist schon krass, es ist schon ein krasses Thema, ja. Also bis jetzt wirklich die, die geile Folge, Digga. Denn Folge ist bereits lang genug und glaub mir, wenn man das zwei Tage lang live mitgemacht hat, ist man einfach durch. Aber wir wären nicht die Pedo Hunters, wenn wir nicht noch am gleichen Tag wieder von Berlin zurück nach Potsdam gefahren wären, um dann nochmal anderthalb Stunden weiter nach Magdeburg zu fahren, um da dann noch einen Trittäter zu schnappen. Dass dieser zur Zerreißprobe für die gesamten Pedo Hunters werden sollte und selbst Mazdaq fast. Aber vor diesem Härtefall noch eine Neuigkeit und einen Nauzen. Wenn ihr das Behind-the-Scenes-Video dieser Folge sehen wollt, mit all den Ereignissen, die sonst keiner zu sehen bekommt, dann schaut es euch nach diesem Video auf Mazdaqs YouTube-Kanal an. Mazdaq zeigt, wie es ist, mit uns auf Jagd zu gehen, auch wenn die Kameras außerdem beantwortet die wohl meistgestellte Frage in Bezug zu uns. Ist das eigentlich wirklich alles echt oder gestellt? Und wenn ihr schon auf seinem Kanal seid, dann tut mir einen Gefallen und lasst auch ein Like und ein Abo da. Mazdaq war der erste, der auf uns reagiert hat und der einzige, der auf alle Pedo Hunter Videos reagiert hat. Also, lasst ein wenig Liebe da. Und nun zum Announcement, denn die Pedo Hunters bekommen demnächst Verstärkung. Und zwar von... Apache. Call Center Fun ist genau wie wir auf Kriminellenjagd. Ah, le Call Center Fun, kenne ich. Vala, Call Center Fun ist zu lustig. Ich schwör auf meine Mutter, ist zu lustig, Digga. Der Rufzug so Call Center oder so Agenturen an, die so einen verarschen wollen, ob es Lotto spielen ist, ob es Versicherung ist und so und so weiter. Und der findet, der schickt dann immer so eine gecrackte E-Mail und der findet dann deren IP-Adresse raus und deren richtigen Namen. Das sind so Leute, die können gar kein Deutsch, so kaum, so ganz, ganz wenig, gell. Und der streitet so und der verarscht die so richtig, der verarscht die so richtig. Und einmal so eine Frau sagt, fuck you, fuck you, fuck you. Das war richtig lustig, Vala. Also auf jeden Fall, das sind eher Hörbücher, das ist kein Video. Das kann man sich schlecht angucken. Aber, wenn ihr schlafen geht heute, hört euch Call Center Fun an, ihr lacht euch tot, Digga. Ihr lacht euch tot, Vala. Und macht ihnen das Leben zur Hölle, so wie hier. Löschen sie alles. Warum? Sie sind... Guck mal, guck mal bitte, guck mal bitte, guck mal, hör mal diese Frau, hör mal diese Frau, hör mal diese Frau. Bitte hört mal diese Frau. Verprüger, warum soll ich auf sie hören? Löschen sie, du bist ein Dumm. Du bist ein Dumm. Und wir sind nicht Betrüger, verstehen Sie? Du bist ein Dumm. Du bist ein Dumm. Ja, ne, du bist dumm, du merkst das nicht. Verstehen Sie? Du redest über eine Stunde und merkst das nicht. Du bist ein Dumm. Du bist ein Dumm. Dumm, 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 dumm. Die Stimme kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt. Du bist ein Dumm. Ja, wie ist es, um Leute abzuzocken? Du bist doch der Typ, dieser kleine, kleine, dreckige, dreckige, den, wenn ich ihn erwischt und seinen Kopf abschneide. Das bin ich. Der wohl ständig diese YouTube-Videos macht. Die dreckige, kleine, dreckige, also wenn ich dich irgendwann erwischt, also ich bring dich um. Ich mach dir das Leben so schwer. Genau der richtige Mann, um uns zu helfen. Hardcore-Pädophile im Internet durch IP- und Standort-Tracking aussuchen. Du bist ein Dumm. Und jetzt wieder zurück zur Geschichte der T-Tramat. Baba, Callcenter-Fan, nice. Ist echt, Baba, ja. Das war ein Pedo für Potsdam eingeplant. Die lange Rückfahrt plus der Fall davor hat uns aber weit hinter den Zeitplan geworfen. Außerdem waren wir auf der falschen Flussseite angekommen. Ärgerlich. Während Matz und Nebin nun in der Umgebung zur nächsten Brücke fahren mussten, brachten Lucy und ich das gesamte Equipment zu Fuß über die Brücke. Neue Emote-Safe. Wir brauchen ein Du bist ein Dumm. Emote-Safe. Alle sind im Haus. Ja. Alle sind im Haus. Haus ist soweit präpariert. Der hat noch eine Goklo versteckt, angeschaltet. Und dann die Brücke, rechts der Klasse. Alles ist mit ihr. Läuft das? Ja. Kommunikation mit dem Video läuft. Alles gut. Einwittlinger ist kreppend. Das ist mein Team. Das ist mein Team. Du müsstest nicht irgendwie mit den Kanälen verbinden. Mach ich. Das heißt, die wüssten sich nur noch drüber. Ja, mach. Alle Waffen. Wir verpassen jetzt draußen die Straße und wahrscheinlich ist andere Rufe. Auf mein Team war einfach Verlass. Nein, du bist ein Dumm. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Der W***er ist einfach nicht gekommen. Also haken wir ihn sofort ab. Du bist ein Dumm, 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 Dumm. Seit zwei Monaten standen wir nun in Kontakt mit einem Peddo, der unser 13-jähriges fiktives Mädchen täglich belästigte und bedrängte. Er schickte Bilder und Videos, die seinen von einem pilzbefallenen Penis beispielsweise beim Pinkeln zeigen. Wir hatten schon einige Male mit ihm telefoniert und er hatte jedes Mal gesagt, dass er Sex wollte und dafür auch bezahlen wollte. Wir hatten es aber dummerweise nicht aufgenommen, da so etwas bis dato nicht notwendig gewesen war, weil unsere Trittäter bis auf ihn, ausnahmslos, immer eindeutig geschrieben hatten, was sie wollten. Obwohl er das fiktive Mädchen fast täglich belästigte, war er gerissen genug, uns niemals einen schriftlichen Beweis für seine Absicht zu liefern. Für mich ein ganz klares Zeichen, dass er die Gesetzeslage kannte und diese vorführte wie keiner vor ihm. So spalteten sich die Peddo Hunters zum ersten Mal in zwei Lager. Einmal die, die dieses verschlagene, rücksichtslose und manipulative Schwein drankriegen wollten und die, die Zweifel hatten und die Peddo Hunters schützen wollten. Zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass dieser Typ es ernst meinte. Er wollte Sex mit einem Kind, aber dies beweisen zu können, ist eine andere Sache. Du bist ein dumm. Willst du meine Meinung hören oder nicht? Natürlich will ich deine Meinung hören. Ja, dann hast du sie jetzt gehört. Aber ganz im Fall, dann waren wir hin oder nicht. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Dass ich mal geschlafen soll, wenn ich nicht blasen will, ob ich ihn dann eine runterhole. Aber mal ganz anders gedacht, ne? Uns geht es darum, Kinder zu schützen. In dem Zimmer daneben, wo... Das wollte ich statt sagen. Liegt sein dreijähriges Kind. Er holt sich eine 13-Jährige nach Hause und will die da f***en für 50 Euro. Uns geht es darum, den Affen aufzustellen. Wie das jetzt strafrechtlich nachher verläuft. Jeder Anwalt ist anders, jeder Ding ist anders. Ich frage mal ganz anders und das meine ich ernst. Das sollte sich jeder einziges fragen. Nur weil wir nicht ganz sicher sind, wie wir am Ende da wegkommen. Sollten wir den laufen lassen? Nein. Nein. Meine Entscheidung ist, wir fahren. Aber warte, stopp, stopp, stopp. Wir sind ein Team und ich möchte, dass das Team... Also ich zwinge niemand meine Meinung auf. Ich möchte, dass wir abstimmen, was ihr meint. Also wer dafür ist, wird die Hand. Die Entscheidung ging 8 zu 4 aus. Also fuhren die Perdoer an das nach Magdeburg. Eins muss ich noch loswerden. Als wir uns entschieden zu fahren, waren wir wieder eine Einheit. Es mag sein, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Aber wenn es darauf ankommt, würde ich für jeden meine Hand ins Feuer legen. Jeder holte noch einmal das Beste aus sich raus. Obwohl wir mittlerweile schon fast zwölf... Du bist ein Dumm. Er ist so hart, Digga. Und ich würde die Falle zuschnappen. Die müssen öfters Videos machen, Digga. Weil ich... Ich könnte mir das so 2-3 Stunden ansehen. Ich schwöre. Ich könnte mir das 2-3 Stunden ansehen, Digga. Das ist einfach Entertainment, Digga. So, sieht. Ja, ist zu aufwendig. Ja, ist zu aufwendig. Ja. Er ist auf dem Weg. Alles klar. Ein schwarzes Auto mit weißem *** auf der Seite. Schwarzes Auto mit weißem ***, der ist jetzt auf dem Weg. Guck mal an. Okay, lass die an. Lass die an. Ja, mal kurz. Schwarz. Kann man auch nicht noch leicht. Sollen wir die EZ jetzt vor den Bahnhof stellen? Guck mal hier. Du bist ein dumm. Der ist auf dem Weg. Der müsste jetzt bald da sein. Ich brauche, ich muss die Batterie wechseln. Ich brauche, ich brauche die Batterie wechseln. Ah, der ist schon mit Brügel. Das ist ja alles. Später, Fortnite. Später. Nee, sie geht jetzt gerade in den Bahnhof. Verstanden. Die soll ruhig zum Gleis 4 gehen. Ist einer in ihrer Nähe? Ja. Kann man sich von außen sehen? Nicht, dass er hier dann sagt man, komm raus. Wer hat sich nicht sehen, muss man draußen. Du bist ein dumm. Er soll das nicht rausgehen, ne? Wie soll das Hände beziehen? Schwarz, das Auto kommt. Okay, mach dich bereit. Weiter, weiter oder fühe da links ran? Dafür fahren wir nachher raus. Dann wieder leer. Jetzt versucht er am Parkplatz. Eine Sekunde wartet. Er geht in Deckung. Scheiße, komm nicht von Rot. Wacht rein. Ja. Oh, die ist direkt mit dem Zeit. Wunderbar. Wie du da an. Kannst du ihn noch sehen? Ja, steht da. Nichts, willst du den in der Vorhalle schnappen oder vor dem Bahnhof? Wir warten, dass der vor dem Bahnhof ist. Wir lassen ihn jetzt aussteigen und gehen ihm dann hinterher. Wie soll er es ran gefahren? Ich bin jetzt zwischen der Meinung nach. Ich komme auf der anderen Seite. Komm, ich check das nicht. Warte noch, bis der am Höhe-Taxi-Schild vorbei ist. Dann gehen wir los. Okay, aussteigen und los geht's. Okay, jetzt gehen wir zum zweiten. Das ist jetzt Baba. Die haben die eine da positioniert am Bahnhof. Da wollte er auch für Geld Sex mit ihr. Haben die auch schriftlich. Und er hat eine dreijährige Tochter. Was machen Sie denn hier? Hallo? Ich kenne Sie doch. Ja. Ja, was machen Sie denn hier? Tu mal bitte die Hände aus den Taschen. So. Wofür wir sind hier? Kuh betreffen. Kuh betreffen. Peer-du-Handy bitte. Ihr guckt auf die Hände. Alles klar. Hab ich. Bist du das? Ja. Bist du ja? Ja. Ist das deine Telefonnummer? Ja. Ja, ist deine Telefonnummer? Du hast heute vor ungefähr einer Stunde geschrieben, Blasen oder runterholen? Was packst du alles ein? Schlafen zusammen und wenn nicht, Blasen oder runterholen. Hast du das geschrieben? Ja. Du weißt, dass das Mädchen 13 ist, oder? Zwei Tests. Zwei Tests, ja. Damit, 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 hast du dich das Cyber-Groaming-Straffer gemacht. Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Du bist so ein Dumm, Digga. Der schreibt einfach, war ein Test, Bruder. Vala, Alp, ja. War ein... War ein Test, sagt er. Ja, aber wie gesagt... Ja, okay, das heißt, du hast es getan, du wusstest, was du tust, das heißt, das ist auch noch Vorsatz. Du hast die Ekel hat, das ist ein Penisbilder aller Zeiten geschickt. Junge, lass dir die Rex rüber, echt mal desinfizieren und ich sag dir, wir rufen jetzt die Polizei. Und das sind nicht meine Bilder, das ist nicht meine. Ach, halt die Schnauze, ehrlich. Wir rufen jetzt die Polizei. Das, äh... Gut, das klären wir. Ja, natürlich klären wir das. Das will die Polizei klären. Gut, ich bleibe in drei. Polizei. Ja. Wo? Ja, guten Tag. Heinrich mein Name. Ähm... Wir stehen hier gerade am Bahnhof, was ist das, der Neustädter Bahnhof? Um es kurz zu machen, wir haben die Polizei gerufen, die sehr interessiert an die Bar. Obwohl der Zugriff so reibungslos gelaufen war, kam die angestaute Wut und das Unverständnis über seine Tat bei uns allen hoch. Diese Bilder gingen uns einfach nicht mehr aus dem Kopf. Sein fehlendes Unrechtsbewusstsein aber setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Den juckt es einfach gar nicht. Der macht einfach... Der macht einfach... Der ist einfach, das war so ein Test, danach der guckt den anderen... Das klären wir. Das klären... Alla, ich schwörf Korallen, als ob die um, äh... Gartenzaunstreit geht, Digga. Boah, Digga, aber ich... Sauer auf den. Ich schwörf meine Mutter sauer auf den, Digga. Boah, Digga. Bin vor. Baba Di dabei und Achizid. Behba Di. Delahui Amin. Ich küsse dein Auge, Cousin. Boah, dann bist du oldschool. Der OGs, der OGs. Ich küsse dein Herz, Dankeschön für drei Monate. Oh ne, werdet es nicht läppchen. Zeig dir das Lied. Sag mal, du... Sag, und dann... Hast du mich verstanden? Ich höre zu, ich höre zu. Gut, ich sag's dir nur. Like ist cool. Ja, ja. Ja, gut, alles klar. Wenn du das hier gut auflöst dann auf jeden Fall. Ja, dann bin ich weniger gut. Das ist ein 13-jähriger F***er, der ein Dreck. Nee, nee, nee. Nee, um Gottes Willen. Warum hast du denn die Pimmelbilder verschickt? Aus Spaß? Wolltest du auch einen Test machen? Ob die kotzen muss, wenn du da ein Dreck schnittst? Boah. So weit geh ich immer nicht. So weit geh ich nie. Also mach das schon manchmal, ja? Ich mach das doch nicht. Hast du gerade verraten, du voll Idiot? Das war das nur, aber wie gesagt, mehr mach ich hin. Ich schick das nicht, ich schick das nicht, ich schick das noch gar nichts. So einen dumm. Aber wer hat das denn geschickt von deinem Handy aus, die Bilder? Das ist hier die Frage. Okay, Geist, ey. Ja, würd ich gerne mal wissen, beantworte mal die Frage. Ich bin mal dabei, mich interessiert das. Ich bin als neugieriger Zeuge dabei. Sag jetzt nix mehr. Ich sag jetzt nix mehr. Ich bin auch nicht immer, dass du Schuhe mit Klettverschluss klickst. Wollah, was für ein dumm, Digga. Guck mal. Ich bin auch nicht immer. Was mich gar nicht gewundert, dass du Schuhe mit Klettverschluss trinkst. Der trinkt einfach Schuhe mit Klettverschluss. Was für ein dumm, Wallah. Ihr habt es nicht gesehen wegen der KM, gell? Der sagt, was mich gar nicht wundert, ist, dass du Schuhe mit Klettverschluss trägst. Das sind diese Schuhe, die man nicht zubinden, sondern dieses... Der Typ ist 40 Jahre alt. Wallah, halt, ja. Der kann einfach nicht Schnürsenkel binden, Wallah. Der ist so ein dumm. Du bist so ein dumm. Du bist so ein dumm, 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 dumm. Das war so glücklich. Mehr bleibt wirklich nicht zu sagen. Die Polizei kam dann und hörte sich alles an und packte den Widerling ein. Damit war der Tag aber noch nicht vorbei. Ich musste noch circa zwei Stunden mit auf die Wache zur Zeugenvernehmung. Aber wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen, dass es eine gerechte Strafe bekommen würde. Also nahmen wir das auch noch gerne in Kauf. Lucy, Mazdak und Nebi warteten die vollen zwei Stunden im Auto. Dann endlich war das erledigt und der Arbeitstag vorbei. Jetzt mussten wir nur noch anderthalb Stunden nach Hause fahren und dann gab es das verdiente Feierabendbier um vier Uhr morgens. Wir kommen jetzt gerade aus der Polizeistation. Strafanzeige wird gestellt. Ermittlungsverfahren wird eingeleitet wegen Cybergrooming und Jugendamt wurde auch informiert. Also die volle Breitseite. Der Typ wird richtig dafür bezahlen müssen. Und das Beste ist, die waren sich nicht sicher, ob der sich strafbar gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, doch, er hat sich das Cybergrooming strafbar gemacht. Dann haben sie sich besprochen und haben gesagt, ja, ist tatsächlich so. Das heißt, das Ding ist eingetyptet. Sehr gut, oder? Ja, super. Okay, komm, lass fahren. Alle wird aller höchste Zeit. Boah. Why are you coming first? Why are you coming first? I like, I like. Come on, let's go. Let's go dance. Borat. I like. Für einen Tag, Junge, Junge. Das du wirst nicht kriegen. Das du wirst nicht kriegen. Kennt ihr das von Borat? Das ist meine Schwester. Sie seien die drittgrößte Prästituierte in dir. Die sitzt so in einem Käfig, gell? Die macht so Beine auf. Das du wirst nicht kriegen. Das du wirst nicht kriegen. Kennt ihr das? Barbar, Digga. Borat, Barbar, Digga. Beste, ja? Wer noch nicht Borat geguckt hat, guckt euch Borat an. Glaub mir, das reicht auch uns erstmal für eine Woche. Wisst ihr, Peruan, das gibt es jetzt fast ein halbes Jahr. Es gibt Leute, die uns mittlerweile richtig feiern. Es gibt aber auch Leute, die uns für richtige Spinne halten. Manche glauben, dass wir etwas Wichtiges beitragen. Andere glauben, dass wir fake sind. Aber wisst ihr, das ist alles total egal. Denn so abgenutzt dieser Satz auch sein mag. Am Ende zählt nur deine eigene Perspektive. Wisst ihr, wir lieben unsere Arbeit. Wir lieben sie so sehr. Auch wenn sie manchmal echt anstrengend sein kann. Wir lieben diese Arbeit einfach, obwohl man uns da mittlerweile echt schon Probleme macht. Wir lieben unsere Arbeit, weil wir Menschen erreichen können, denen es irgendwie hilft, unsere Folgen zu sehen. Und ja, die sogar wieder etwas Hoffnung zurückgewinnen können. Auch wenn wir wahrscheinlich nie dafür irgendwie eine positive Schlagzeile bekommen werden. Oder im Fernsehen landen. Aber wisst ihr, was noch besser ist, als eine tolle Schlagzeile oder Geld an eine Sache so sehr zu glauben, dass du sie für nichts und niemanden verändern würdest. Ja, und apropos Schlagzeile, liebe Expresszeitung. Also, wir finden das schon ziemlich oberflächlich von euch zu behaupten, dass wir die mutmaßlichen Pedos am Ende auch noch stolz der Polizei übergeben. Also das entspricht ja nun wirklich nicht der Realität. Wir übergeben die nicht einfach stolz der Polizei, sondern wir feiern uns dafür richtig hart. Euer Niklas Heim. Und an alle anderen, lasst euch nicht dazwischen quatschen. Passt auf euch auf und haltet euch gerade. Eure Pedo-Antas. Nice. Nice Folge, wirklich. GG, krasse Folge. Hätte ich nicht gedacht. Hat richtig Bock gemacht, Digga. Er macht einen Fortnite-Tanz am Ende. Du bist ein Dumm. Du bist ein Dumm, 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 Dumm. Du bist so ein Dump. Nice Folge, Vala. Sehr, sehr, sehr nice Folge. hundred football game. Und jetzt checking in. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Of course, Vala Boga. Und dann in Facebook bist du findadura dikten Bild. Und wenn Sie dann đây im calories rostern. Bis zum nächsten Mal. Unsere Jesus. Bis zum nächsten Mal. LE DM.